Musik Wir stellen vor, die Norwood Lumber Pro HD 36. Ob Sie mit Ihrem Sägewerk professionell arbeiten, um ein gutes Einkommen zu erzielen oder ein privates Waldstück bewirtschaften und an Ihrem Traumprojekt arbeiten, die Lumber Pro ist groß genug, stark genug und produktiv genug für Sie. Die Lumber Pro schafft Stämme von 91 cm Durchmesser. Sie sägt Balken und Bretter, die volle 71 cm breit sind. Schon standardmäßig sägt die Lumber Pro Stämme von 3,9 Meter Länge und mit Verlängerungen Stämme von beliebiger Länge, sogar 15 Meter lange Balken für den Bau von Holzhäusern. Die Lumber Pro schneidet Hartholz ebenso wie Nadelholz. Und jetzt So glatt werden die Bretter, dass man schon kaum noch von sägerauem Holz sprechen sollte. Die gewerbliche 16 PS Briggs & Stratton V-Twin Motor ist Standard. Aber auch 23 PS können Sie wählen und selbst ein Elektromotor steht zur Verfügung. Die patentierten Stammstützen schließen automatisch. Mit sichtbaren Skalen lassen sich die Stützen völlig problemlos verstellen. Die Stämme werden auf Rollen befördert. Die Sperren sind schnell zu verstellen und können als Bretter und Kantensperren dienen. Wer Norwood besitzt, kann die Stammstützen einfach von der Bedienerseite her hantieren. Dazu dienen die von Norwood patentierten Stammstützen-Aktuatoren. Mit den Aktuatoren braucht der Bediener nicht mehr über den Stamm hinwegzugreifen, um die Stammstützen einzustellen. Die einfach zu bedienen Aktuatoren ermöglichen die genaue Einstellung nach oben und unten. Norwood ist der einzige Hersteller, der diese zeitsparende Einrichtungen anbietet. Die Querträger sind so schmal ausgelegt, dass Ablagerungen beseitigt werden, die sich womöglich unter dem Kantholz ansammeln und zu Messfehlern führen könnten. Kappen aus rostfreiem Stahl verhindern, dass sich Kanthölzer und Bretter verfärben. Stämme und Balken lassen sich mit den kurvengesteuerten, leistungsstarken Stammklauen der Lumber Pro sicher fixieren. Die meisten Stämme sind nicht völlig rund und gerade. Sie tun daher oft, was sie wollen, wenn man sie drehen und fixieren muss. Mit den von Norwood patentierten automatischen Fixierhilfen werden solche Stämme gebändigt. Man folgt ihren Konturen und hält sie genau dort fest, wo es nötig ist. Dadurch vereinfacht sich der Fixiervorgang erheblich, für die normalerweise zwei Hände und zwei Schritte erforderlich sind. In vielen Fällen genügt eine einzige automatische Fixierhilfe, um den Stamm festzuhalten. Doch zur hundertprozentigen Sicherheit verwendet man zwei automatische Fixierhilfen. Norwood ist der einzige Hersteller, der diese praktische Einrichtung anbietet. Manche Leute wundern sich über den Sägetisch der Lumber Pro. Kann ein Aluminiumtisch stark genug sein? Manche vergleichen ihn mit Schweizer Käse. Zum Beweis haben wir alle normalen mittleren Stützen abgenommen und den Sägetisch nur an jedem Ende aufgebockt. Dann haben wir Stämme, die fast 5000 Kilo wiegen, quer über den Sägetisch gelegt, der keine Stützen hatte. Dadurch wurde die Struktur natürlich weit mehr als normal belastet. Der Lumber Pro Sägetisch besteht aus einer Doppellage aus verzinktem Stahlblech mit genau bemessenen Verstärkungen. Es sind die zahlreichen in jede Lage eingearbeiteten, konkaven Strukturen. Dadurch bleiben die beiden Lagen genau und fest verbunden. Eine ganze Batterie an Flanschbolzen hält sie fest zusammen und verleiht ihnen mehr Stärke und Torsionsfestigkeit als jede gewöhnliche Kastenkonstruktion. Mit fast 5000 Kilo quer über dem Sägetisch ohne jegliche Stützen war das Gesamtgewicht höher als das des größten Stammes, den sie jemals verarbeiten müssten. Selbst unter diesen extremen Bedingungen betrug die Durchbiegung nach unten nur etwa 6 mm. Nachdem die Stämme abgenommen wurden, richtete sich der Sägetisch wieder normal auf. Also liebe Zweifler, das ist der Beweis. Die Lumber Pro ermöglicht schnelle Durchlaufzeiten und ist leicht zu bedienen. Man senkt den Sägekopf, aktiviert die Bedienelemente und führt das Blatt durch das Holz. Die Lumber Pro ist so schnell, so leistungsstark, dass man kaum von manuellem Betrieb sprechen kann. Mit dem einfach wirkenden, multifunktionellen Lumber Pro Steuerhebel wird gleichzeitig der Motor gestartet, die Kupplung bedient und die Wasserleitung aktiviert. Beim Loslassen hören alle Funktionen automatisch auf. Alle Steuerelemente befinden sich am Bedienstand. Der Steuerhebel kann so verstellt werden, dass man bequem in allen Stellungen arbeiten kann. Der patentierte, selbstsperrende Sägekopf erspart zeitraubende Bedienfunktionen. Man stellt einfach die Tiefe ein und sägt los. Jede Drehung des Sägekopfes ermöglicht die schnelle Einstellung für 25 mm Bretter. Es gibt einfach kein schnelleres System. Bei anderen Brettstärken verfährt man gemäß Skala mit eingebauten Schnittfugenbreiten. Auch Spezialskalen für Holzbearbeitung sowie metrisch eingerichtete Skalen sind erhältlich. Die selbstsperrende Blattführung schützt das Sägeblatt und sorgt für Zeitersparnis. Einfach anheben, schieben und sperren. Der unbenutzte Teil des Blattes wird automatisch gesichert, was europäischen Bestimmungen entspricht. Die keramischen Blattführungen Lumber Pro DuraGuide stützen das Blatt auf drei Seiten und verleihen ihm maximale Stärke. Die Norwood-Blattführungen aus Aluminium wie Jays sind zum Schutz der Keramik als Präzisionsgehäuse ausgebildet. Die mit Zirkonium verstärkte Keramik aus Aluminiumoxid hat Präzisionstoleranzen und bietet dem Blatt nicht nur hervorragenden Schutz, sondern auch gute Führung, damit sich das Flattern und die Ausbiegungen des Blattes besser steuern lassen. Mit dieser fortschrittlichen Aluminiumkeramik laufen die Blätter glatter, kühler und mit bedeutend weniger Geräusch als mit allen anderen Führungen. Bei sachgemäßiger Anwendung halten sie jahrelang und verlängern die Lebensdauer eines Blattes um 30%. Der maßgefährte Gewassertank von Norwood mit seiner breiten Öffnung und festen Kappe erleichtert das Wiederauffüllen. Der Wasserstrahl lässt sich nach Wahl einstellen. Das Wasser fließt automatisch zum Blatt, wenn der Steuerhebel bedient wird. Es fließt genau dort zum Blatt, wo der Schnitt erfolgt. Der Wasserstrahl hört automatisch auf, wenn das Sägen aufhört. Die Lumber Pro ist so ausgelegt, dass man Bretter von innerhalb von 25 mm vom Sägetisch schneiden kann. Dazu gehören alle geläufigen Holzgrößen. Man kann mit Tangentialschnitt, Radialschnitt, Trennwadschnitt oder Wiederholschnellt arbeiten, um eine optimale Leistung zu erzielen. Ein Höchstmaß an Schnittholz und ein Mindestmaß an Sägemehl wird mit dem glattschneidenden, eng gezähnten Norwoods Silikonstahlblättern erzielt. Man kann Purnier so dünn wie 1,5 mm, aber auch große, maßgefertigte quadratische Balkenprofile schneiden. Sie können genau das sägen, was Sie wollen und wann Sie wollen. Die Lumber Pro ist immer auf der Lage und kann jederzeit zu Ihnen zum Versand kommen. Das heißt, Sie können schon bald anfangen. Die Lumber Pro wird als Bausatz geliefert. Das erspart sehr viel Geld beim Versand. Der Zusammenbau ist einfacher, als man glaubt. Sie erhalten eine Bedienanleitung mit kompletter Montageanleitung, mit Schritt-für-Schritt-Zeichnungen, Fotos und Explosionsdarstellungen. Der Zusammenbau ist auch ein wertvoller Lernprozess und hilft das Sägewerk, uns sämtliche Funktionen gut zu verstehen. Mit Kunden, die diesen Schritt umgehen möchten, kann Norwood auch eine preisgünstige Montage vereinbaren. Die Lumber Pro wird mit unserer zwei Jahre langen Gewährleistung geliefert. Außerdem bieten wir unbegrenzte Hilfe per Telefon sowie ein Rückgaberecht von 30 Tagen. Die Lumber Pro wird mit unserer Lumber Prozess abgeliefert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Lumber Pro ist ein einfach zu bedientes Sägewerk mit vielen nützlichen Zubehör und Eigenschaften, die sich für kommerzielle Nutzung anbieten. Die Lumber Pro lässt sich mit dem wahlweise lieferbaren Anhängerpaket von Baustelle zu Baustelle transportieren. Der Anhänger ist komplett mit zwei Straßenrädern, Schnellspann-Kotflügeln, eine zur Sicherheit ausziehbaren, abnehmbaren Zugstange, doppelten Sperrungen und Hebebock. Er lässt sich in fünf Minuten aufbauen. Am feststehenden Standort können Sie Ihre Lumber Pro mit den Norwood-Nivellierfüßen ausrüsten. Bei Bedarf lässt sich Ihr Sägetisch mit schnell anzubringenden Verlängerungen jederzeit vergrößern. Diese sind ideal geeignet, um längere Stämme mit der auf dem Anhänger montierten Lumber Pro zu verarbeiten. Ein als Wahlzubehör erhältliches Ladesystem mit Rampen ermöglicht Ihnen, selbst die größten Stämme allein auf den Sägetisch zu laden. Dadurch wird das Laden, Fixieren und Drehen auch im Einmannbetrieb zum Kinderspiel. Sie drehen die Stämme manuell und mithilfe der in den Stammstützen eingebauten Rollen oder Sie können das zeitsparende Hakendrehverfahren des Ladesystems nutzen. Dabei können Sie mühelos große Stämme drehen und fixieren. Schnell und bequem arbeiten Sie mit den Abrollern. Damit lassen sich Bretter und Platten schnell vom Sägewerk herunterladen. Die Roller können einfach in gewünschte Position gebracht und wieder entfernt werden. Nutzen Sie die Norwood Roller Stammausgleicher, um schräge Stellen auszugleichen. Durch Anheben des kleines Stammentes steigen Sie dann die Ausbeute. Die Norwood Roller Stammausgleicher erleichtert auch die Verlagerung. Ebenfalls erhältlich von Norwood ist ein einzigartiges Gerät für das schnelle Fixieren von Stämmen mit 15 bis 40 cm Durchmesser. Dieses patentierte Gerät ermöglicht es, Stämme von mittlerem Durchmesser einfach manuell zu drehen und zu fixieren. Kein Werkzeug ist erforderlich. So wird in weniger als zwei Minuten ein vier Meter langer Stamm von 25 cm Durchmesser zum Balken. Es gibt kein schnelleres System. Dieses Schnellfixiergerät eignet sich besonders für Baumplantagen und in Wäldern mit vorwiegend dünnen und mittleren Stämmen. Das Schnellfixiergerät kann auch schnell in jede Norwood-Bandsäge eingebaut werden. Für besonders schnelle Durchlaufzeiten und das einfache Hantieren von Stämmen mittleren Durchmessers kann man das Schnellfixiergerät mit den Stammstützenantrieben und den automatischen Klemmen verbinden. Wenn alle drei zeitsparende Geräte kombiniert werden, wird die Arbeit ungemein erleichtert. Stülpschalung und Schindeln können direkt mit allen Norwood-Bandesägewerken hergestellt werden. Dazu dient die Stülpschalungs- und Schindelvorrichtung. Bei der Konfiguration für Stülpschalungen können Bretter mit Federrad oder jeder beliebigen anderen Kante geschnitten werden. Die Stülpschalungsvorrichtung ist einfach zu bedienen und kann für die Schindelherstellung umgerüstet werden. Mit jeder Einheit lassen sich jeweils zwei Schindeln fertigen. Wenn eine zweite oder dritte Einheit hinzukommt, verdoppelt bzw. verdreifacht sich die Produktion. Die Lumber Pro kann je nach Wahl jederzeit mit elektrischen oder hydraulischen Vorrichtungen versehen werden. Sie können sofort bei einer neu erworbenen Maschine oder auch erst Jahre später hinzugefügt werden. Die Stamm-Ladearme sind beim Anhängertransport zur Sicherheit einfach abnehmbar. Dasselbe Schnellanschlusssystem ermöglicht den Anbau in drei Minuten. Weitere hydraulische Vorrichtungen sind hydraulische Zweirichtungs-Stammdreher, hydraulische senkrechte Stammstützen, eine in vier Richtungen einsetzbare Stammklemme, Stammausgleicher, ein Stammpositionierungsgerät und ein Brettablagegerät, ebenfalls lieferbar, Steuergerät, das den Motor anstellt und die Kupplung bedient zur Auf- und Abbewegung des Segelkopfes, zur Schnittenbeschickung mit Kettenantrieb. Einstellbare Geschwindigkeitskontrolle, magnetisiert, damit sie überall fest anhaftet. Mit dem hydraulischen Stamm-Ladegerät können Stämme bis zu 1300 kg geladen werden. Die hydraulischen Stammausgleicher kompensieren für schräge Stammstellen und dienen auch zum Neupositionieren der Stämme. Sie ermöglichen, dass Bretter mehr parallel zur Maserung geschnitten werden, was die Ausbeute verbessert. Mit dem Stammdrehergerät werden Stämme angehoben und dann gedreht, um sie in die beste Sägeposition zu bringen. Mit der manuell bedienten Steuerhebel-integrierten Geschwindigkeitseinstellung lassen sich Vorwärtsgeschwindigkeit leicht während des Betriebs verstellen. Die wahlweise lieferbare Brettablagevorrichtung ermöglicht schnellere Zykluszeiten im Einmannbetrieb. Die Antriebsvorrichtungen für Sägeschlitten und Sägekopf werden zusammen als eine Option geliefert. Aber der Sägekopf-Antrieb kann auch allein bestellt werden. Die hydraulischen Stammklemmen und Stammstützen sind ebenfalls als kombinierte Option lieferbar. Alle anderen hydraulischen Vorrichtungen, Stammlader, Stammdreher und Stammausgleicher sind einzeln oder in Kombination lieferbar. So brauchen sie nur die Vorrichtungen zu kaufen, die jetzt nötig sind. Aber sie wissen, dass sie auch bestellt werden können, wenn ihr Geschäft oder ihr Budget es rechtfertigt. Norwood-Kunden wissen, dass ihr Sägewerk jederzeit ausbaufähig ist, während die Besitzer anderer Marken ständig Geld verlieren, da sie gezwungen sind, ihre alten manuellen Modelle einzutauschen oder zu verkaufen. Norwood hat die allmähliche Ausbaufähigkeit der Lumber Pro so entwickelt, dass Besitzer kein Geld verlieren, wenn sie zusätzliche oder zeitsparende Vorrichtungen erwerben wollen. Für den endgültigen Zuschnitt von Balken benutzt man die in vier Richtungen einsetzbare Stammklemme, um das Kantholz zu manipulieren und zu drehen. Dadurch werden abgestoßene Ecken verhindert. Norwood-Sägewerke zeichnen sich vorwiegend durch ihr kostensparendes Baukastensystem aus. Aber Norwood liefert auch vollständig oder teilweise montierte Sägewerke. Sie haben die Wahl. Bei Norwood sind wir ständig auf die veränderlichen Bedürfnisse unserer Kunden bedacht. Darum können alle Norwood-Zubehörteile jederzeit hinzugefügt werden, wenn sie soweit sind. Sie sind nie gezwungen, Entscheidungen zu treffen, die sie später bereuen. Dadurch ist ihre anfängliche Investition gesichert. Sie können jederzeit aufrüsten. Von der manuellen Lumber Pro zur hydraulischen und automatisierten Version. Norwood ist der einzige Hersteller, mit dem Sie auf diese Weise Ihren Bedürfnissen entsprechend wachsen können. Wir versprechen, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020